Mojens meine lieben Zuschauerchen Ich nehme euch kurz mal mit auf einen geilen Frühstückstrip würde ich jetzt sagen Klingt ja komisch Nein, einfach nur Frühstück Heute gibt es mal Omelette mit Paprika drinne und Tomate schön, alle die brutzelt und ja dazu das kann man jetzt natürlich schwer wieder sehen diese Burger Buns mit Vollkorn richtig geil, richtig lecker, kann ich nur empfehlen dazu natürlich mein kleiner Gemüseteller der heute mal ein bisschen anders aussieht und zwar weil hier eben schon so viel Gemüse drinne ist dachte ich da jetzt auch nicht nochmal so viel ne klingt ja komisch saure Gurke Paprika und Gemüse Zwiebeln ganz simpel eigentlich, aber ich wollte es trotzdem mal kurz zeigen, weil es sieht, finde ich sehr lecker aus wie gesagt, zwei Eier sind das also in eine große Pfanne, zwei Eier, eine Tomate und eine halbe Paprika habe ich hier benutzt natürlich paar Gewürze und was natürlich nicht fehlen darf ist der Kaffee juhu, davon natürlich immer zwei denn doppelt hält besser ist übrigens entkoffeiniert ähm geht auf jeden Fall auch ich trinke das jetzt schon bestimmt ein halbes Jahr lang und ich bin zufrieden also ich brauche keinen Kaffee, der mich hier früh wach macht macht er eh nicht, also dann brauchst du schon eine hohe Dosis Juhu jetzt zeig mal was wir verscherzt mit den Kaffeetrinkern grüß ihn rüber ich sage, das Wochenende steht vor der Tür und ja, guten Appetit beim Nachmachen vielleicht oder beim selber essen gerade Cheers, euer DJ Juhu